Hallo wieder, Carla. Ich dachte, ich habe dir gesagt, zu verloren zu werden. Das Kind stammt auf dich, Carla. Schau, wenn du hier wieder rauskommst, werde ich deine Kopfkopf ausbrechen und schlafen deine Nacken. Entschuldigung? Oh, ich liebe es, wenn du so sprechst. Ja, genau. Jetzt schrapp. Sie kam schon fünfmal wieder, aber hat sie nicht gemacht. Okay, sie ist in unserem Team. Sehr schön. Dann laden wir auf den Jobkeeper ein. Und den General. Das ist doch eine beste Crew. Das ist sehr schön. So ist hier zum Haus. Da war doch der General. Vielleicht können wir ihm eine Generalüberholung anbieten. Okay, und wo finden wir den jetzt? Wir müssen ihm doch mindestens mal unter die Nase reiben, dass wir gegen den Schwertmeister gewonnen haben. Vielleicht finden wir jetzt mal irgendwie einen Weg auf die Insel. Auf die... Am Ufer waren wir. Wie können wir die Hühner benutzen? Ein rubberer Chicken mit einem Pulli im Mittwoch. Was möglicherweise benutzt könnte das haben? Mit dem Kabel. Das ist sehr schön. Da sind wir drüben. Wundervoll. Dachtest mir doch. Hey, ich mag nicht die Hühner. Wer sind Sie? The governor's been kidnapped! What? That's preposterous! Oh really? Take a look at this note they left. Oh no! This is horrible! What are we going to do? We could get a crew together and sail off after them! What an idea? Now, if we've only had a captain! What about me? Ha! You! Ha! 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 Ha ha ha! Oh! A-ha ha ha ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! That's a good one! Hey, I'm serious! Really? Really? Schwerdkampf Aha, this monster It's much smaller than the beast that bit off my hand so many years ago Let's just hope you're quicker than I was Okay I'll let you open this last door yourself Just let me get out of your way Okay Ha ha ha, getting cold feet? No, I just don't know what I'm supposed to do You're supposed to open that little door And if you're brave enough, touch the beast inside Oh, is that all? That's what we can do Okay, go ahead If you've got the guts Well then, what can there already be? Ha 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 A A Blutig Blutdurstiger geflügelt Teufel Ha 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 I don't believe it You are a brave man after all Yeah It was the beast I feared all these years You had the guts to do What I never could I feel like such a coward I feel like such a coward I'm not good enough to be on your crew I'm not even good enough to swab your d-d-d-decks Oh, come on, Mr... Uh, Meat Hook Mr... Meat Hook You're a big, strong, good looking guy with a great tattoo Ich kann ein Gespräch machen. Willst du sehen? Ja, vielleicht später. Insofern, du kannst du meine Decks auf jeden Fall verwenden. Wirklich? Natürlich! Ich kann immer noch mit deinem Crew sein. Einfach packen deine Sachen und treffen mich auf dem Dock. Oh, danke! Danke! Ich werde dich nicht weg. Alles klar. Okay, damit hätten wir schon zwei Leute in der Crew. Okay. Damit haben wir schon zwei Mitglieder, beziehungsweise drei. Und wissen nicht, was mit ihnen passiert ist. Wir wissen nicht, wo er hingegangen ist, den wir freigelassen haben. Vielleicht kommt er auch mit. Wir gehen vielleicht mal zum Hafen. Schau mal, wer alles tot sein wird. Das weißt du doch schon denkst. Äh, nein. Nicht runterklettern. Jetzt können wir mal für irgendwas machen. So. 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 Sehr hübsch. Nochmal im Retro-Stil. So. Sehr schön. Jetzt gehen wir mal zum Handelsplatz. Haben wir das schon mal gemacht. So sah das früher aus, bevor es Remaked wurde. So. So. Der gute Stand. Ist nicht mehr da. Was. Einer. Okay. Mach es nicht wie viel, aber es ist mir. Scheinbar haben wir noch nicht genügend Leute gesammelt. Die sind noch nicht hier. und vielleicht sind sie woanders. Jetzt müssen wir mal hier runter gehen. Okay. Aussichtspunkt. Ja, stimmt. Ne, die kommen schon dort hin. Das ist der Aussichtspunkt. Okay, er kommt nicht mit. Oh, Stan. Hey, es ist eine gute Sache, dass du aufsteigst. 10 Leute haben mir geholfen, dass ich dieses Baby aus mir war, während ich hier stand, wundervolle dich. Aber ich habe gesagt, keine Chance. Hey, ich kenne einen Mann, der in Liebe mit diesem Schiff ist, und es würde sein Herz verlieren, um es zu verlieren. Am ich richtig? Natürlich bin ich. Ich meine, einfach schau an sie. Und wie kommen wir jetzt darauf? Und wo ist unsere Crew? Ich denke, wir haben eine reale Moment hier. Mhm. Ich habe meine Meinung verändert. Ich kann nicht sie aufgeben. Du kannst deine Geld zurückgeben. Es ist ein Mist. Ja. Wie kann ich etwas so... ...dear? Dann wieder, ein Deal ist ein Deal, right? Ja. Gut luck, yam. Ja. Ja. Ich habe eine Chance, um Geld zu machen. Um, Geld? Ja, wir werden dafür bezahlen, nicht wahr? Um, Mr. Sandgears... Wie appropriate. Du kämpfst wie eine Katze. Du wirst niemals wissen, wann du das benutzen kannst. Wie macht das Wasser-Logged Reck da? Was machen wir da draußen? Wie werden wir unser Schiff hier mit dem Pfeil von Schrapp in den Weg? Wo ist der Katze? Ich brauche ihn, um zurück zu meinem Platz zu holen und meine Kette zu holen. Was ist hier passiert? Wo ist unser Schiff? Wo ist unsere Crew? Das wird nicht so leicht sein, als ich dachte. Gut, dann haben wir aber ein Schiff und einen Crew und einen Kapitän. Teil 2. Die Reise. Die Reise. risks runterrebbelen Sie von Captain Threep- Es dauert skill, Enduranz, und meistens, Teamwork. Erstens, ich dachte, dass wir ein paar Arbeiten haben. Was ist es, dass wir wieder wieder zu tun haben? Ich habe eine Liste. Suckert ist richtig. Ich weiß nicht, was das große Problem ist, dass wir den Gouverneur geschehen können. Sie kann sicherlich sich selbst auswählen. Wie ich sehe es, wir haben diesen großen Schiff. Na, wir haben ein Schiff. Warum können wir nicht zurückziehen, um eine Runde zu der Runde und kruisen für eine Zeit? Ich könnte ein wenig Arbeit auf meiner Tanne nutzen. Ich habe mich daran gedacht. Ich bin ein wenig stresst. Ich könnte eine Reste nutzen. Dann ist es entschieden. Wir kruisen die Karibäne. Ah. Neue Reihe. Eins. Ich bin verletzt. Ich bin verletzt. Ich denke immer, dass die Leertaste noch für, wie bei Dead Lake Games immer zum, zum suchen ist. Ich bin verletzt. 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 Es scheint, dass die Leertaste noch nicht fest ist. Ich bin verletzt. Es scheint, wie ein feiner Schiff. Okay. Es scheint, wie ein Ballpoint-Piebel. Ich habe die Leertaste noch nicht mehr als in der Falle zu machen. Ja. Also, was tun wir? Ja. Es gibt nichts Dramatisches. Aha. Willkommen in der Englade im Kommunion-Stil. Danke für den Follower. Und dieses Bild, das kommt mir sehr sehr bekannt vor. Das habe ich schon öfters gesehen. Das ist doch ein bekanntes Meme. Vor allem hier im Retro-Stil. Ist doch eine bekannte Sache, oder? Gehe zur rebellischen Crew. Ich sehe, das Wetter ist ziemlich schön hier bei Monkey Island. Schön, Gehe-Brush. Aber keine Banane. Ich sehe, Gehe-Brush. Gehe-Brush. Hat das Wort Kiel-Hole nichts für dich? Ich sehe deinen Punkt. Danke. Was für eine freche Crew. Gehe-Brush. Ich denke, dass ich wieder zurückkriebe. Gehe-Brush. 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 Okay, wir haben eine Flagge. Gehe-Brush. Vielleicht kannst du ja ... Mist. Okay. Nun kann er nicht. Ach verdammt. Verstehste. Ja, gut. Jetzt hätten wir jetzt eine Flagge hinter. Ein Prospekt. Ein Merkblatt. Am Flea. Scheibe mit Gummihugen. Ein Magnetischer Kompass. Ein Klammerlefter. Das Shirt, wo drauf steht. Ich habe den Schwertmeister besiegt. Das Shirt, wo drauf steht. Was genau da auch immer drauf steht. Ein Brief. Die Notiz, das die Gouverneuren entführt wurde. Pfefferminz. Die Karte. Protokoll. Und 173 Goldstücke. Tja. Vielleicht können wir. Vielleicht können wir mit dem. Klammerlefter. Mit dem. Mit dem Klammern. Mit dem Klammern. Keine Staple, die zu entfernen. Tja. Oh. Das ist sehr faszinierend. Ähm. Oh. Das ist sehr faszinierend. Das kann man nicht benutzen. Ich denke ich werde es in mittem Kondition. Es wird vielleicht etwas wert sein. Ich fühle mich nicht. Ich weiß nicht, dass das zu helfen wird. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Ähm. Okay. Das T-Shot bringt auch nichts. Vielleicht können wir. Das mal fliegen. Es ist so. 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 Hm. Es ist so. Auch. Auf ... Sed often ... Das einfach ein решeren Film zu den dang ab. Tag für mich. Ich habe mal etwas. Es gibt noch nichts zu werden. Der Arm, hier, also stoppen das dinheiro dafür. Wirmpfen das. auf das hier. Aha. Fässer? Du musst nehmen. Ja, die können wir öffnen. Verdammt. Nichts drin. Das können wir bestimmt mitnehmen, oder? Mitnehmen das Teil. Das ist ein großartiges Schraub. Sehr schön. Vielleicht können wir die Kiste auch nehmen. Müssen wir irgendwas mit irgendwas kombinieren, oder? Das können wir... Das können wir nur schließen. Fässer, Leiter... Truhen, schwarze Truhe. Das ist Redklar. Das gibt es nur die ganzen alten, untersturklenen. Das sind keine alten, untersturklenen. Es sind nur die alten, untersturklenen. Edel mateixенияommes. Sie sind nur die alten, untersturklenen. Ohne gründelene Kette. Sie sind nur die alten, untersturklenen. Mit einem Schwarzböger. Können wir den Schwarzböger nehmen? Wow, Schmerzböger! Ich denke, ich werde etwas nehmen. Das scheint nicht zu funktionieren. Hm, hier wollen wir auch noch nicht. Vielleicht ist es hartzahn. Der Schießpulver. Tja, Planus ist unterwegs. Oha. Hm. Ich liebte dieses Schalz, als ich ein Kind war. Ich mag, dass du den Knochen auf dem Knochen aufgerissen hast. Es ist ungefähr die gleiche Größe als meine Kopf. Ja, mitnehmen. Ich habe das Pick-Up. Ja. Ach was. Okay. Hmm. I loved this stuff when I was a kid. I like the way it chewed up the roof of your mouth. Great. A toy prize inside. This is no prize. It's a small key with a finely engraved monkey on it. Aha. There are just old rusty chests. They're all rusty shut. Irgendeine Truhe gab es doch hier, die verschlossen war. Die war nicht. In der Kabine. Sekunde. In der Käpt'n Kabine. Haben wir dann doch eine Truhe, die wir nicht... Da gab es doch eine Truhe, die wir nicht öffnen konnten. Ne, die können wir öffnen, oder? Eine Truhe gab es, die wir nicht öffnen konnten. Ich lasse die mal öffnen. Ich lasse die mal öffnen. War das die hier? Die hier? No, die war es scheinbar nicht. Welche Truhe könnte man nicht öffnen? Die können wir öffnen. Ich bin mir aber sicher, dass es deine gab. Ich bin mir aber sicher, dass es deine gab. Es ist russet. Es ist russet. Es ist russet. Ich habe es doch gesagt. Ich habe es doch gesagt. Kapitän's Kajote. Wir können den Schrank öffnen. Es scheint zu sein, zu tief zu sein. Es ist ein kleiner Kuss mit einem finely eingreiften Monkey. Und eine Truhe. Es sieht aus wie ein sehr schweres Metallschuss. Ich muss sie öffnen. Mann, das ist schwer. Es ist sicherlich mit goldenen Jewellen. Es ist zu schwer, die sie irgendwo anders tragen. Ähm. Okay, was ist drin? Hey, schau, ein Stück Papier. Ein Stück Papier. Ein Stück Papier. Zum Stamm. Ach dann. Und was fangen wir jetzt damit an? Ja. Direktions to Monkey Island. Preheat pot to 450 degrees. Add the following ingredients. One cinnamon stick. Four leaves of mint. One human skull. Pressed. One squirt squid ink. Two pints monkey blood. One live chicken. Three ounces Brimstone. One or more of the following. Pyridoxine hydrochloride. Zink oxide. Yellow eight. Mein mononitrate. And BHA. Let bubble over a low flame until thickened. Serves crew of four. Wie sollen wir den Scheiß her? Und wo sollen wir den Scheiß herkriegen? Und wo sollen wir den Scheiß herkriegen?